Alter, was soll das sein? Einfach nur ekelhaft. Jean-Domeric, meine Freunde, was geht das? Heute haben wir Sushi am Start. Moin moin. Wir machen heute ein auf Dinner-Ende-Dag. Wir kriegen 10 Löffel. Nein, 10 Löffel. 7 Löffel, ok, dann 7 Löffel. 9 und sagt 7 Löffel. 7 Löffel. Wer mehr rät, hat gewonnen und der Verlierer muss 5 Jelly Beans essen. Ich freue mich schon. Freust du dich? Ja. Bist du bereit? Machen wir das? Siehst du was? Machen wir einen Test, Schatz. Ok, ich sehe nichts, passt. Ja, warte mal, jetzt. Jetzt? Okay, weißt du was das ist? Ich weiß es. Was ist das? Banane. Ah, ich habe gedacht, Banane. Ja, Banane. Safe, Banane. Aber es hat eine Konsistenz. Ja, mega. Das fühlt sich aber so komisch an. Man weiß, dass irgendwas ekel ist, kommt. Okay. Okay. Ja, jetzt. Jetzt rate ich halt erst, okay? Ja. Das ist einfach. Ält wäre. Mhm, halb wäre. Auf jeden Fall. Ja. Okay, ich hoffe jemand rät es falsch. Wir sind gut gerade. Aber tatsächlich war gerade leicht. Das war gerade echt leicht, ja. Jetzt mal irgendwas spezifisches nehmen sollen. Das ist aber sauer. Ja. 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 Wo sagst du? Boah. Ich komm nicht drauf, ne? Ich auch nicht. Ich hab... Ich weiß... Ich... Sag was, ne, sag was. Nicht auflösen. Jemand muss ja falsch raten, damit er die Bestrafung bekommt. Oh, jetzt schreckt die Sämpfel. Sämpf sagst du? Ja. Ja, das ist ja Ketchup. Was war's? Tomatenmark. Tomatenmark. Okay, Sämt war ja völlig daneben. Also beide falsch, ne? Ja. Du warst mehr dran. Ketchup, Alter. Nee, nee. Tomatenmark. Das ist ein Sämtgeschöpfchenbrich, ey. Boah, aber irgendwie war das Ding, ich weiß nicht. Reulchen. Das ist heiß, ey. Ist auch gar nicht so leicht, ey. Hm, ich weiß es. Ich bin aber dran beraten. Ich hab zwei Sachen, aber... Weintraue? Ja, ich will auch Weintraue sagen. Ich wusste es. Ich hatte Küsse im Kopf, ey. Ich hatte so Küsse im Kopf, ey. Fuck, Mann. Er ärgert mich gerade. Ich hatte einmal von Küsse... Mit Brustwasser. Ich hatte erst Küsse... Ja, ja, Moin. Der hat auch Küsse im Kopf. Ist schwer, ne? Ja, mega. Und jetzt? Warte, warte. Alter. Ja. Und du hast einmal einfach nur ekelhaft. Mehl. Ich sag Mehl. Was sagst du? Heißer. Ich glaube, das ist echt Mühl. Ist Mühl, ne? Ja, ist Mühl. Voll trocken, ey. Immer noch, ne? Ja. Ja. Jetzt kommt 5. Nur 3 lang. Ja, ja, ja. Zucker. Zucker, ja, selb. Zu einfach. Ja. Okay, jetzt. Was hat das? Was ist das? Das ist Hammerschmer. Bin ich daran? Ja. Das ist so gefüllte, ich weiß nicht, ob Paprika oder Peperoni ist auf jeden Fall gefüllt mit Frischkäse. Kann sich die entscheiden. Ähm, nein. Boah, das ist das Gas. Wir waren zusammen einkaufen, ich weiß nicht, was das ist. Paprikaschote mit Frischkäse. Nico, was solltest du? Boah, ist scharf. Tomate mit Scharfkäse. Das war das Erste. Was Sushi gesagt hat? Ja. Nein. Nein. Schicksal. Scheiße, ey. Danke, Chef. Nein. Ja. Geil, du hast doch Trinke gehabt. Ja. Nein. 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 Warte, ich riebe ich mein Schatz. Jetzt. Warte, du riebst den Löffel so Kacke manchmal. Das ist einfach. Säme. Ja, auf jeden Fall Säme. Boah, aber scharf. Das ist für mich zum Beispiel schon scharf. Echt? Ja. Boah, ich fand Salz war am schlimmsten gerade, ne? Habe ich nichts mehr zu trinken? Dankeschön. Ey, ich muss jetzt gewinnen, der ganze Biermann. Bitte, ey. Ja. Das ist schwer. Boah. Aber jetzt schwör ich weiß, was es ist. Ja. Was? Knoblauchgradenladung, Knoblauchpulver. Ich sag das von Nyumnyum, dieses Dings. Dieses Pulver. Knoblauchpulver. Nein! Seit wann haben wir sowas zuhause, Mann? Ja. Scheiße, Mann. Knoblauch. Ich wusste nicht mal, dass das Granulat heißt. Kann ich nicht. Hier ist genau dieses Halte-Ding davor. Ja, aber ja. Ja, man sieht's. Ja. Boah, ey. Das letzte Mal, als ich fünftig wessen habe, hatte ich auf jeden Fall gewünscht. Das, Alter. Da wollte gar keiner wissen. Aber ich wollte einfach in den Raumwerfen. Oh mein Gott, ey. Das Ding ist, man hat nicht Angst davor, man hat so Respekt, ey. Das ist echt heftig. Und Hops. Ja, ja. Muss ich auch kauen? Mhm. Alles schuldig kauen. Okay. Die sind ja da alles lecker dringend. Okay. Das stinkt, Alter. Boah. Das stinkt, Alter. Boah. Boah, das stinkt, Alter. Ich hab noch den Mund zu. Boah. oh, fuck. Boah. Boah, ich kann anspitzen, Äh, helft. Nicht wegen der Wärme an. Irgendwann sehe ich mir. Digga, das schnick aus dem Bestiales. Ich krieg's auch nicht runtergeschluckt wegen der Konsistenz. Ey, kannst du schon so grad... Oh, das pustelt ja... Irgendjahr. Boah, hättest du grad nicht auf meinen Rücken gekommen, wär ich's runtergeschluckt, scheiße. Boah, puh. Boah, das war echt nicht waschen. Soll ich was Rettes sagen? Ich hab extra Lakritz genommen und alle barf. Echt? War nicht geil, ey. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lass ein Like da, lass ein Abo da. War schön. Peace.